Hallo liebe Fans der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video mit der kosmischen Schwingung für den September 2019. Es kann ein sehr produktiver Monat werden, mit vielen Inspirationen und gutem kosmischen Rückenwind, um in die Manifestation zu kommen. Besonders die ersten zehn Tage können sehr ertragreich werden. Und in diesem Monat ist die Herbst Tag- und Nachtgleiche. Ein wichtiger Wendepunkt im Jahreskreis. Dann beginnt das Zeichen Waage. Die Mondphasen sind in diesem Monat auch besonders interessant. Sie stecken voller Magie und Zauberkräfte. Dazu gibt es auch wieder ein Video von mir mit dem Mondzyklus vom September. Wenn ihr persönliche Anliegen und Fragen habt, die wir in einer Horoskopberatung klären können, dann könnt ihr euch jederzeit gerne an mich wenden. Die Telefonnummer meiner Praxis und meine Homepage verlinke ich euch hier über die Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Monat habe ich auch wieder eine Verlosung für euch. Und zwar verlose ich nochmal mein Buch Geheimnisse der Astrologie, mit dem ihr ganz viele Informationen bekommt rund um das Horoskop, die Planeten und viele andere interessante Inhalte zur Astrologie. Mehr zur Verlosung erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil. Und hier ist meine Gewinnerin aus dem August. Ein Liebeshoroskop geht an Sandra Pfeffermann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sandra. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir, damit ich dir deinen Gewinn zukommen lassen kann. Jetzt wollen wir in die Konstellationen für den September schauen und wir beginnen mit dem Neumond vom 30. August, der in die Jungfrau fällt. Er findet zwar noch im August statt, gibt aber die kosmische Schwingung für den September vor. Hier sehen wir geballte Planeten Power in der Jungfrau. In der Astrologie nennen wir das ein Stellium. Sonne, Mond, Venus, Mars und Merkur stehen alle dicht zusammen in der Jungfrau und sie bilden Aspekte zum Genialitätsplaneten Uranus. Das ist eine sehr inspirierende Konstellation, die viele gute Ideen und sogar richtige erfinderische Geistesblitze verspricht. In den Tagen darauf bilden die Planeten in der Jungfrau dann einen günstigen Aspekt zu Saturn und das gibt uns die Chance, unsere guten Ideen auch umzusetzen, wenn wir entsprechend Arbeit und Disziplin aufbringen. Insgesamt ist es also ein guter Monat, um sich auf die Arbeit oder auch persönliche Herzensprojekte zu konzentrieren. Denn das Zeichen Jungfrau steht für Handwerkskunst und Klugheit. Wenn es uns gelingt, uns ganz und gar auf unser Projekt zu fokussieren und bei der Arbeit in einen Flow zu kommen, können wir sehr gute Ergebnisse erzielen. Das kann ein künstlerisches Projekt sein, eine knifflige Arbeit am Computer, das Schreiben eines Artikels oder Buchs oder interessante organisatorische Aufgaben. Die beste Zeit, um bei einer solchen Aufgabe voranzukommen und einen ersten Meilenstein zu erreichen, ist in den ersten zehn Tagen des Septembers, die auf den Neumond folgen. Immer vorausgesetzt, wir lassen unseren Worten und Gedanken auch Taten folgen und setzen unsere Ideen tatsächlich um. Und mehr zu den magischen Kräften dieses Neumonds erfahrt ihr dann in meinem Video zum Mondzyklus im September. In unserem Alltag kann es im September zu einigen Ablenkungen kommen, denn die Planeten in der Jungfrau bilden eine Spannung zu Neptun und Lilith. Das spricht dafür, dass sich heiße Affären ergeben können, die ein bisschen kompliziert sind. Die Konstellation legen nahe, dass es häufig im Büro oder am Arbeitsplatz prickelt. In dem Fall müsst ihr auf die Arbeitsethik achten. Besonders wenn ihr therapeutisch tätig seid und sich beispielsweise eine Romanze mit einem Klienten ergibt, müsst ihr berufliches und privates strikt trennen. Sonst kann es zu einem Skandal kommen, wenn der Mars in die Opposition hier zur Lilith und zu Neptun läuft und das passiert zwischen dem 4. und dem 14. September und da ist dann Vollmond. Es gibt Leute, die euch genau beobachten und euch Schwierigkeiten machen könnten, wenn ihr ethische Regeln verletzt und dann würdet ihr ziemlich dumm dastehen. Das ist der Wermutstropfen in diesem ansonsten sehr produktiven und schöpferischen Monat, dass wir nochmal Gefahr laufen, uns zu täuschen oder getäuscht zu werden. Im September wird nämlich zum dritten und letzten Mal das Quadrat zwischen Jupiter und Neptun aktiviert und außerdem wird der Neptun auch rückläufig und die Planeten in der Jungfrau werden bis zum 23. September Spannungen dazu bilden und das sieht man eben an diesem roten Dreieck hier. Das bedeutet, Probleme mit Täuschung, Enttäuschung und Illusion liegen diesen Monat nochmal in der Luft. Im persönlichen Erleben kann sich das so äußern, dass beispielsweise unser Urteilsvermögen getrübt ist. Sei es bei einem schönen neuen beruflichen Projekt oder bei einer Romanze, die sich anbahnt. Es kann passieren, dass wir die Situation oder die Beteiligten falsch einschätzen. Und zwar, weil wir zu sorglos sind oder weil wir unbedingt nur das Gute in einer Sache sehen wollen und vor den Nachteilen die Augen verschließen. Oder auch, weil wir selbst eine Sache falsch darstellen. Und das kann zu peinlichen Situationen führen. Deswegen ist Zurückhaltung angesagt. Immerhin, das ist nun das letzte Mal, dass sich dieser Aspekt formt, der uns seit Januar beschäftigt hat. Danach dauert es drei Jahre, bis wir wieder einen verführerischen Illusionsaspekt zwischen Neptun und Jupiter bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal wachsam sind und bei allem, was jetzt neu anfängt, die Realitätstauglichkeit im Auge behalten und wenn wir Versprechen und Zusagen genau überprüfen, sollte es funktionieren. Und wenn wir uns unsicher sind, sollten wir Entscheidungen nochmal vertagen. Zu Vollmond am 14. September passieren viele Dinge gleichzeitig. Der Mars formt einen Spannungsaspekt, der Illusionsblasen zum Platzen bringen kann, zumal dann auch Lilith beteiligt ist. Das weist darauf hin, dass heimliche Liebesaffären jetzt auffliegen können. Also Vorsicht! Möglich auch, dass es um unsere Arbeitsmoral und Arbeitsethik geht. Mauscheleien, bei denen man beobachtet wurde, werden dann zur Sprache gebracht. Da können wir ja dann auch mal in der Politik drauf achten, welche Skandale um diese Zeit ruchbar werden. Außerdem wechseln zu Vollmond Venus und Merkur in die Waage und das bedeutet, Diplomatie ist Trumpf. Wer es schafft, in einer angespannten Situation diplomatisch und zugewandt zu bleiben, gewinnt. Dennoch müssen wir in diesen Tagen aufpassen, nicht mehr zu versprechen, als wir auch halten können. Denn es besteht die Tendenz, Dinge zu sagen, nur um zu gefallen und gut dazustehen. Das heißt, wenn nötig, müssen wir auch mal Nein sagen, aber eben auf diplomatische Weise. Und die Verbindung von Venus und Merkur bedeutet auch, dass es uns gelingt, die richtigen Worte zu finden. Sie zeigt außerdem einen Wunsch nach Fairness und Ausgewogenheit. Kurze Zeit später, am 18. September, wird Saturn nach gut viereinhalb Monaten wieder direktläufig und zwar exakt hier in der Verbindung mit dem absteigenden Mondknoten. Das heißt, der Karma-Punkt, über den ich in den vergangenen Monaten schon so viel gesprochen habe, wird erneut aktiviert. Themen unserer Vergangenheit und Konsequenzen unserer Taten treten zu Tage, besonders wenn wir bei jemandem noch in der Schuld stehen. Das kann ein geschiedener Partner sein, der plötzlich wieder auftaucht und Forderungen stellt oder jemand, von dem wir abhängig sind, wie zum Beispiel der Boss oder der Vermieter. Es kann auch sein, dass irgendein Amt uns zu einer Zahlung auffordert, die wir vergessen hatten. Saturn steht ja für Ämter und Behörden. Es können auch Familienmitglieder sein, bei denen wir noch Rechnungen offen haben. Möglich auch, dass ein Elternteil Hilfe braucht und wir unsere Zeit und Energie aufwenden müssen, um uns drum zu kümmern. Und wie immer bei Saturn müssen wir dann Verantwortung übernehmen und dürfen uns nicht davor drücken, die nötigen Aufräumarbeiten zu leisten. Das ist übrigens auch weiterhin ein guter Aspekt, um auszumisten und sich von Alpen zu trennen, was wir nicht mehr brauchen. Am 23. September um 9.50 Uhr geht dieses Jahr die Sonne in die Waage. Dann ist Herbst Tag und Nacht gleiche, wenn der Tag und die Nacht genau gleich lang sind. Ein Moment der vollkommenen Balance. Dann steht die Energie des Beziehungszeichens Waage im Mittelpunkt. Harmonie und Geselligkeit wollen sich breit machen. Doch leider müssen die Planeten in der Waage, wo sich Venus und Merkur ja auch schon befinden, zunächst noch einige harte Aspekte zu Saturn und Pluto durchlaufen. Und zwar bis Mitte Oktober. Das bedeutet, nach vielversprechenden Anbahnungen kann es schwerfallen, zu guten Vereinbarungen zu kommen. Es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den Forderungen, die gestellt werden, und den Zugeständnissen, die jemand machen will. Irgendwie ahnen wir, dass hinter den Forderungen noch mehr steckt und dass wir wesentlich mehr arbeiten müssen, wenn wir erst mal Ja gesagt haben. Wir haben Angst vor den Konsequenzen, wenn wir uns auf etwas einlassen. Irgendwas in uns hält uns zurück, Hilfe zu leisten. Wir sind skeptisch und das womöglich zu Recht. Zum Glück bilden die beiden Wohltäter Venus und Jupiter zwischen dem 25. und 30. September einen besonders günstigen Aspekt, auch in finanzieller Hinsicht. Das ist sehr hilfreich, um sich doch noch zu einigen. In diesem Zeitfenster sollte man zu einem Abschluss kommen, denn Anfang Oktober gibt es dann nochmal unangenehme Aspekte mit Pluto. Oder abwarten bis zum 10. Oktober, wenn die Sonne vorteilhaft zu Jupiter steht. Aber dann befinden sich Venus und Merkur bereits im Skorpion, wo sie nicht mehr so günstig stehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr verhandelt mit jemandem Mitte September und das Angebot gefällt euch noch nicht und ihr zieht euch zurück. Daraufhin macht euch die andere Person ein besseres Angebot. Und dann solltet ihr zwischen dem 25. und 30. September zuschlagen und euch einigen, denn danach ist der gute Moment vorbei. Wenn ihr dann noch weiter pokert, riskiert ihr, dass die Sache gar nicht zustande kommt. Idealerweise nutzt ihr für einen solchen Vertragsabschluss bzw. Neubeginn den Neumond am 28. September in der Waage, vorausgesetzt, dass es machbar ist, nämlich ein Samstag. An diesem Tag ist der wunderschöne Aspekt zwischen Venus und Jupiter exakt und außerdem steckt in dem Horoskop die Energie des Neumondes. Was will man mehr? Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im September und wie sie sich für die einzelnen Sternzeichen auswirken, erfahrt ihr dann in dem langen Video für alle 12 Sternzeichen. Schaut euch außerdem auch unbedingt noch das Video über den Mondzyklus im September an. Und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zum Service teilen mit den Infos zu meinen nächsten Veranstaltungen und der Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich gerne über meine Homepage oder mein Kundentelefon kontaktieren und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar heißt Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Das ist das Lilith-Webinar, das ich auf vielfachen Wunsch nochmal wiederhole. Darin erfahrt ihr, welche Seelenkräfte durch die Transite der Lilith im Horoskop geweckt werden und wie wir damit umgehen können. Der Termin ist am 27. August um 19 Uhr und die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und einen Link zum Webinar setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und ihr könnt mich demnächst auch live erleben am 28. September um 13.30 Uhr. Das ist zu Neumond. Da bin ich in Bad Kissingen beim Kongress des Deutschen Astrologenverbandes und gebe einen Workshop mit dem Titel Venus, Planet der Liebe und des Geldes. Die meisten Fragen zum Horoskop drehen sich nämlich um die Liebe und ums Geld und die Venus hat Antworten auf diese Fragen. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch beim DAV-Kongress anmelden. Da könnt ihr viele bekannte deutschsprachige Astrologen treffen und ganz viel über Astrologie lernen. Man kann da auch ein Tagesticket für einen einzelnen Tag kaufen. Ich verlinke euch das auf meiner Homepage unter Vorträge und Seminare und auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Neumond-Talk am 29. August um 21 Uhr. Da können wir uns dann über den magischen Mondzyklus im September austauschen. Und dann gibt es auch wieder einen Livestream mit dem Vollmond-Talk am 13. September um 21 Uhr. In beiden Sendungen verlose ich jeweils eine 15-minütige Live-Beratung. Dazu müsst ihr euch bitte mit einer E-Mail anmelden und die Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage und auch unten in der Videobeschreibung. Und der Livestream findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt mein Buch Geheimnisse der Astrologie gewinnen mit persönlicher Widmung von mir. Viele Fragen zur Astrologie, die ihr mir im Livestream oder auch in Kommentaren schon gestellt habt, beantworte ich in diesem Buch. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Mehr zum Thema Karma und Mondknoten erfahrt ihr in dem Video Finde Deine Heimat. Schaut euch bitte auch mein Video zu Saturn an, die Kunst zu manifestieren. Und wichtig ist auch die Lilith in den Fischen. Das Special heißt Loslassen und Befreien. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Vielen Dank. Vielen Dank.